Shehui, Jing, Ji, Tsai, Buadan, Bianhua, Woman, Yaoji, Xie, Zai, Jing. Die Gesellschaft und die Wirtschaft ändern sich beständig. Wir müssen mit den Zeiten Schritt halten. Alle lachen über Christa Lindner, das ist Chinesisch. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Sprache. Ich probiere nun auch mal etwas auszusprechen. Und ja, ich glaube nicht, dass es gut ausgehen wird. Ich probiere es jetzt zum ersten Mal. Ich habe auch keinen Übungszettel so gehabt. Ich habe meinen Text direkt in Google Übersetzer eingetragen. Und ja, mal schauen. Und keine Ahnung, wie das jetzt geklungen hat. Ich habe mich ein bisschen wie ein Depp gefühlt. Aber ich habe gesagt, Herr Lindner, bitte nehmen Sie und Ihre Partei die Sorgen der Kinder auf Fridays for Future ernst. Ihre Idee einer effektiven Klimapolitik vermitteln Sie nicht, indem Sie die Kinder so negativ belabern. Und nun ist die Frage, wer hat gewonnen? Lindner oder ich? Oder seid ihr tausendfach besser? Wenn ja, macht auch so ein Video und zeigt eure China-Skills. Und zwar ohne zu üben. Ich habe jetzt wie erwähnt, das kein einziges Mal mit der Woche durchgelesen. Ich habe das auch direkt abgelesen. Und ich habe gemerkt, wow, das ist weird. Naja, vielen Dank für das Gute-Sein. Tschau. Tschau.